Willkommen liebe Clasher bei mir im 1000 Grad Toto beim klaren Spätzchen mit Soße. Ja das seid ihr natürlich gar nicht von mir gewohnt. Zwei Folgen an einem Tag das ist auch wirklich wirklich selten aber manchmal ist es ja auch aus aktuellen Anlass aber eigentlich gibt es nur was zu bereden trotzdem denke ich mal wenn ich auch eine super super kleine Folge für euch abdrehe dann geht das natürlich nicht ohne mindestens ein Klangkriegsangriff oder überhaupt ein Farmangriff oder ein super Angriff was auch immer also so ein bisschen Clash seht ihr bei mir denke ich mal immer und ich habe aber was was mir aufgefallen ist also zumindest ist es mir jetzt in mehreren Claren aufgefallen und ich hatte noch keine Antwort drauf jetzt habe ich sie endlich gefunden um was es da geht werde ich euch gleich erklären und werde ich euch auch zeigen können denn das hat mich die ganze Zeit jetzt schon nicht wirklich beschäftigt aber ich habe immer gefragt oder viele haben sich gefragt sag mal spukt spukt das Spiel hier ist was was ist mit dem Chat los was ist mit den Anfragen los warum warum ist meine Anfrage weg seht ihr die nicht mehr im Chat und worum es da geht werde ich euch gleich erklären aber wir sehen ja mal schön Angriff vom Frieger den habe ich irgendwie die ganzen Klangkriege vergessen oder er hat seine Helden gemacht ich weiß es nicht mehr so genau schönes Ding hier auf die ja so halb halb rund Ring Base es lebt noch es ist noch relativ viel Verteidigung da gewesen zum Ende also das war schon eine ganz ganz knappe Kiste hier und vor allen Dingen hat man ja immer genau an so einer Situation oder in so einer Situation hier ein bisschen Sorge dass die Queen nicht doch noch mal durch eine Mauer will und glücklicherweise machen da unten die Skelette jetzt den 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 Tesla noch denn da kriegt jetzt die Queen schon ziemlich heftigen Beschuss ist natürlich noch voll in Wut aber glücklicherweise hat die hat haben die kleinen Skelette den Tesla gemacht und die Queen natürlich noch mal durch eine Mauer was auch sonst man hätte ja auch außen rum gehen können erstmal und da hinten dann auf die Mauer aber die kleinen Bogenschützinnen nehmen jetzt auch noch mal den Weg nach innen und ist alles ein bisschen glücklich gelaufen hier auch mit den Skeletten denn die sind jetzt die lenken noch mal super die ganzen Verteidigungsgebäude ab denn die drei defensiven Gebäude auf die Queen dann wäre die hingewesen keine Frage und dann hätten es die kleinen Skellys ein bisschen schwerer gehabt also schöner drei Sterne Angriff hier Frieger super gemacht Daumen nach oben aber worum geht es eigentlich ja wir sind aktuell hier im Klankrieg gegen den Clan Bud Spencer ist auch ganz witzig ist nämlich ein DE-Clan also ein deutscher Gegner Grüße an die Kollegen und Kollegen gehen auf jeden Fall raus ich hoffe es wird ein weiterhin so fairer Klankrieg werden und worum geht es eigentlich ich will euch das kurz und knapp erklären denn ich klappe jetzt mal hier die ganzen Anfragen auf und ihr seht ich bin ja ein Rathaus Zwölfer und kann diese komische Karre ja immer teuer verbauen wo ich mich ja immer noch über aufrege aber ihr seht hier diese drei Anfragen und ihr wisst ja ich habe in diesem Clan noch einen zweiten Account das ist nämlich der das ist der Schief Barfuß den blende ich euch jetzt mal ein ihr seht ihn jetzt rechts oben und der hat das gleiche Chatfenster auf der das gleiche Chatfenster auf wie der Thorsten und ihr seht hier jetzt schon jetzt schon den Unterschied nur noch ich sehe hier die Anfragen weil nur noch ich diese Karre verteilen kann oder halt ein anderer Zwölfer wenn ich jetzt dem wenn ich jetzt mit dem Barfuß dem Benni die Clanburg voll machen würde also mit den 35 Truppen und dem einen Zauber dann ist für ihn ich kann das ich müsste ich kann das einfach mal machen ein Gift ich gebe ihm einfach mal ein Gift so ich habe ihn damit jetzt ein Gift gegeben das habt ihr jetzt gerade gesehen den muss ich jetzt mal eben nachbauen also ihr müsst auf das kleine Fenster gucken ich weiß das ist sehr sehr klein und jetzt gebe ich dem Benni aber mit dem Thorsten Account fünf Bowler und einen Riesen Achtung das mache ich das mache ich jetzt kurz da muss ich wieder aufklappen so das mache ich jetzt kurz ich habe die Truppen auch fertig jawohl dann kriegt er jetzt hier fünf Bowler und ein und einen Riesen damit ist die Anfrage habt ihr gerade im Hintergrund gesehen bei beim Schief ist die Anfrage weg bei mir steht die Anfrage noch weil ich ja noch die Karre verteilen kann der Schief aber nicht mehr also der Schief hat jetzt keine Anfragen mehr hier und ich habe jetzt noch Anfragen weil ich halt noch die Karre verbauen kann und erst dann wenn ich jetzt die Karre vergebe hier dann ist das ganze Ding natürlich auch weg also erste Karre geben wir hier mal den Free Guy und dann baue ich die jetzt mal nach so jetzt ist das auch weggerutscht hier und ja das ich habe immer gedacht was was meinen die seht ihr meine Anfrage nicht mehr ich werde euch mal den Schief wieder ausblenden seht ihr mal meine Anfrage nicht mehr nein die kleineren Accounts die halt keine Karre spenden können für die ist die Anfrage weg ich habe es nicht gewusst vielleicht habt ihr es auch nicht gewusst und worauf ich aber noch hinweisen wollte ist ihr habt es sicherlich heute mitbekommen es war eine Wartung da und die Wartung warum war die Wartung da ja alle die den deutschen Client fragen sich warum war die Wartung da ja die Wartung war da das werde ich euch im englischen Client zeigen denn nur dort sieht man es mal wieder upgrade time reworked also das heißt nichts anderes als das von Rathaus Level Level 2 bis Rathaus Rathaus Level 11 also nicht 11 und 12 sämtliche Buildings also sämtliche Sachen die man upgraden kann einmal verbilligt wurden beziehungsweise die upgrade time entschuldigt die upgrade time wurde wurde runtergesetzt die Sachen sind nicht billiger sondern die upgrade time wurde runtergesetzt der barbaren König und die die Queen auch deren upgrade Zeit ist bis Level 38 verkürzt worden ich habe das jetzt eben mal bei meinem schief gesehen da läuft jetzt die die Queen wir könnt könnt ihr jetzt auf Level 18 laufen und die läuft jetzt nur noch drei Tage vorher sieben Tage gelaufen nur noch mal so als Beispiel und es wurde Spell und Troop Research Times sind auch noch mal runtergesetzt worden das heißt im Labor laufen die Sachen auch jetzt immer so komische Tage fünfeinhalb Tage oder fünf fünf Tage 16 Stunden könnt ihr euch alles mal nachlesen und es ist natürlich also das betrifft uns alle auch uns Zwölfer die Helden Regenerationszeit ist runtergesetzt worden denn meine Queen hat vorher 60 Minuten auf 51 gebraucht zum Regen jetzt braucht sie nur noch 40 wo könnte das ganze nachlesen steht hier unten auch im Forumpost also im offiziellen Forum von Supercell seht ihr sämtliche Reduzierungen um die es hier geht das ist ein ellenlanges Dokument also sind wirklich mehrere Seiten hat sich einer richtig Mühe gegeben fand ich aber an der Stelle mal richtig klasse und ihr seht das auch hier die Regzeit ist nur noch 40 Minuten und das gleiche gilt auch für den Warden und gilt auch denn der hatte 49 Minuten und gilt natürlich auch für den King denn auch auf der auch der also alle drei jetzt 40 Minuten hat man so ein bisschen angepasst fand ich sehr sehr stimmig ich wollte euch das nur nicht vorenthalten das ist eigentlich schon gewesen also er spukte nicht wir haben das ganze Ding aufgeklärt ich hoffe es hat euch trotzdem kurz und knapp gefreut bis dahin euer toto plaschen